Hallo und herzlich willkommen. Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft. So, unser kleines Projekt geht nun weiter. Falsch. Nochmal zurück, zurück. Falsch. Bisschen runter. Ja, genau so. So, wieder falsch. Naja. Eeeh, eeeh, eeeh. Hier um die Ecke. Aha. Leidt ein bisschen eigenwillig. Ich wollte keinen. Ja, so sieht es schon besser aus. Jetzt hat er wieder hier eine Ecke drauf gesetzt. Der Affe. Der Schlaupe noch. Jetzt lädt wieder langsam. Egal. Kriegen wir schon hin. Nochmal so. Well. Gleich haben wir's. Jo. Jo. Das lädt alles ein wenig nach. Aber so schlimm sollte das ja nicht sein. Und jetzt wird da hier wieder so eine Ecke reingemacht. Da geben wir mal ein Stückchen zurück. Falsch. Im Fall fast, ne? Sag ich mal. Ich muss das hier noch ein bisschen mit der Steuerung. Aha. Gut. Hm. Hm. Will nicht, oder was? Was hat er jetzt gemacht? Ja. Das wollte ich nicht. Hm, was machen wir jetzt? Ich wäre dafür, dass wir schön so nach draußen gucken können. So, wie sollten die Steine innen sein statt außen, so wie sie gerade angezeigt werden. So, einmal drehen, einmal hier, ein bisschen näher, ein bisschen näher, das ist ein Creeper, ein Zombie, eine, eine. Ja, so. Mhm. 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 Gehen wir mal gerade runter, auf die Erde, Blumms haben wir gemacht, jetzt haben wir den Stein getroppt. Ich wollte aber den Stirn. Mhm. So, vielleicht lädt es ja jetzt. Also können wir auch jetzt mal schön den Sternenhimmel uns kurz angucken. Bisschen näher. Ein bisschen näher. Mhm. Ich muss immerhin eine Leiter hochbauen. so, tut mir leid nein, falsch so falsch ab da ein hin so jetzt kommen wir hier ganz gemütlich dran geht nicht schon ein bisschen ja, ich baue das irgendwann mal wieder ab aber das jetzt hier nur dass man da hochkommt das Cluster hinzubauen mal mit dem Fliegen kommt mir ein bisschen spanisch vor wenn ich zu sagen französisch also ihr könnt euch das aussuchen wenigstens die Geräusche kommen dann wenn man sie gebraucht machen wir hier so ein schönes Glasdach rein können wir wenigstens 2 mal schlafen und stehe mal an gugeln das ist doch hier ist Ja, ich mache das alles ein bisschen langsamer, dass man das nachvollziehen kann und weil manchmal ja, wie ihr schon öfters gesehen habt, das ein bisschen später nachlädt. Und jetzt erstmal natürlich will ich erstmal antesten, wie euch das hier gefällt, ob euch das gefällt. Aha, aha. Wie viele Fensterblöcke wir schon kaputt gemacht haben? Ja, jetzt haben wir unser Glasdach. So, jetzt hopsen wir hier runter. So sehr verletzen können wir uns ja nicht, hab ich gehört. So, jetzt haben wir hier die Wiese zugemacht. Jo, sieht ja schon mal nicht verkehrt aus. Also mir gefällt das so. So, jetzt kommt hier unsere Treppen wieder weg, die wir uns hochgebaut haben. Und dann machen wir uns hier ein paar Drohnen hin. Oder wenigstens zwei große. So, was haben wir denn hier? Eine Werkbank? Brauchen wir die im Kreativmodus? Ich glaube es nicht. Nein. So, jetzt kommen wir uns ja hier. Jetzt gehen wir nochmal ins Equip. Ne. Was ist das denn? Redstone Fackel. Mhm. Gucken, wie die so ist. So. Das macht den Raum ein wenig heller. Aber ich glaube die hier ist zu viel. Die sind nicht symmetrisch. Die muss hier hin. So. Ja. Ja, da muss nicht unbedingt eine hin. Das ist wenig Platz. Na, alle du. Ich werde vielleicht das nochmal hier so nachbauen. So. Ja, das geht, ne. Die machen wir hier vielleicht erstmal weg. So. Haben wir nur zwei Stück davon. Hm? Ich denke, ich habe irgendwas verpasst. Wir machen hier immer wieder weg und wieder dran. So. Jetzt aber. Machen wir erstmal hier eine in die Mitte. Da noch eine hin. Und da noch eine hin. Und da noch eine hin. Dann hier noch eine. Und da noch eine. Ich würde aber auch sagen. Die hier reicht. Hier reichen immer zwei Stück. So. Ja. Jetzt haben wir hier ein Dach. So. Ich hopse immer. Hier haben wir eine Fledermarsch schon mal zu Besuch. Vielleicht nisselt sie sich ein. Eventuell. Hm? Hast du Bock? Hast du Bock? Unser Wohngemeinschaft beizutreten? Hat du Luft? Hat du? Hat du? Gut, dass er nicht gefragt hat. Hat du Möhrchen? Ja. Ja. Ich habe mir aber vorgenommen, vielleicht machen wir hier noch einen Keller drunter. Oder noch einen Stockwerk runter. Wir machen uns hier so einen kleinen Keller, sag ich mal. So. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Entweder machen wir uns hier so ein kleines Lager. Ja. Aber das. Ja. Aber das. Hier abends immer kommt hier der Himmel durch. Klar. Und recht nehmen wir das hier. Also von uns noch einen zweiten Keller. Als Badezimmer. Nein. Das ist ja ein bisschen blöd, ne? So. So ein bisschen langweilig halt. So. Oder als Schlafraum. Weil... Da kommen vielleicht keine Tiere hin. So. Ist das symmetrisch? Ne. Hier müssen wir noch. Wir müssen gleich unsere gesteckten Grenzen noch ein bisschen vertiefen. Und dann hübsch... Hübsch. 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 Hier. Da das ein bisschen ordentlich aussieht. Schön alles mit Holz verkleiden. Ja. So. Dann gehen wir jetzt hier erstmal ein bisschen runter. Da. Also... Mini... Mini... Ähm... Mini Leute sind wir ja nicht, ne? So. Jetzt trauen wir uns was. Dann... So. Jetzt haben wir hier erstmal wieder so einen Erdblock rein. Mit ein bisschen Gras drauf. Nein. Wollen wir erstmal hier noch... Nein. Wollen wir erstmal hier noch... Könnte mir auch mal ein paar... Mir mal verraten, wo man hier die Skins kaufen kann. Oder wo man die sich runterladen kann. Nee. So. Ich wollte hier nur so machen. Wollte erstmal gucken, ob das hier tief genug ist. Hm. Naja. Ist noch immer Goblin mäßig. Nein. Muss ja wenigstens sich hier ein bisschen dran bewegen können, ne? Jetzt haben wir die Erde hier umsonst wegging gemacht. Aber... Nein. Muss halt. Vielleicht machen wir das noch im Survival-Mode, wo wir dann noch ein bisschen basteln können. So ist es ja ziemlich... Träger. So. Mhm. Damit ihr hier auch noch was sehen könnt. Ne? Ich sehe was. Ihr seht nichts. Vielleicht. So. Jetzt mal... Ja. Wir wollten ja eigentlich nur ein bisschen noch tiefer gehen. Ja. 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 Da müssen wir aber wissen. Hm. Da. Zickel. So. Zickelstein rein. So. Was würdet ihr gern in diesem Haus vielleicht sehen? Was könnten wir so als Gegenstände hier noch einbauen? Ja. Vielleicht bauen wir um das Haus noch einen Zaun. Wo wir vielleicht was anbauen können. Ne? Brauchen wir ja auch immer ein bisschen Happa-Happa. Ja. Oh. Jetzt ist es eigentlich hoch gesunken. Schöner Schlafplatz. So in der Erde. Da kann er zum Glück nichts einstürzen in Minecraft. Na wo? Hm. Hier kommen wir nicht dran. So. Ja. Jetzt nehmen wir hier noch jeweils eine Reihe weg. Oder so. So. Ja. Ja. Kurz wechseln. Und dann. Ja. So. Machen wir jetzt mal Zauber hier wieder. Ja. Ja. Was die Musik wohl bedeutet. Ich weiß es jetzt in diesem Moment nicht. Vielleicht kommt jetzt was. So. Haben wir hier wieder zugemacht. Ja. Ne? So kann es gehen. So schnell hat man ein Haus gebaut. Und baut sich im Keller natürlich ein schönes großes Badezimmer. Ja. Die Flötermost sollte sich hier wohlfühlen. Nehmen wir die Fackel hier noch mit. Ja. So vier Blöcke. Vier, fünf Blöcke runter. So. Jetzt haben wir hier schon angefangen haben mit Holz zu bauen. Machen wir im Badezimmer damit weiter. Oder im Schlafplatz. Ja, im Schlafplatz. Ja, im Schlafplatz. Jaja, im Schlafplatz. Ja, dabei sind wir weiter. Oder im Schlaflatz. Ja, ja, ja. Hier noch eine hin. So, jetzt sieht es hier wieder ein bisschen wohnlicher aus. Also zumindest sehe ich jetzt ein bisschen mehr. Zwar nicht taghell, aber... Der war falsch. Falsch. Ja. Die Fredermaus besucht uns oder ist über uns gerade. Haben wir noch immer keine Tür eingebaut? Na, zumindest haben wir... Zumindest haben wir unser Dach eingerahmt. Schön mit Glasbausteinen eingezäumt. Äh, nein. Gedeckt. So. Und jetzt sind wir hier fleißig das Badezimmer am Gestalten. Jetzt gehen wir erstmal ein Schrittchen zurück. Machen wir hier noch die Wand fertig. Machen wir erst eine Reihe weg. Oder eine Schicht. Wie ihr das gerne haben wollt. Oder wie ich das gerne sage. Sieht ja schon mal ein bisschen noch was aus. So, und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Folge. Und bis zum nächsten Mal. Wünscht euch euer Jack. Ciao mit Faux. Ciao mit Faux.